Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe, die wir jetzt frisch für euch auflegen. Und zwar heißt die Reihe, die Kompressoren, Professoren. Wir wollen euch in dieser Reihe etwas näher bringen, was mit Druckluft zu tun hat, alle Themen behandeln, die mit und um Druckluft sind. Und heute starten wir unsere erste Reihe und die beginnt mit der Vorstellung von meiner Person. Mein Name ist Jörg Jusik, ich bin schon mehr als 20 Jahre bei der Firma Atlas Copco beschäftigt. Ich bin technischer Trainer und in der Funktion verantwortlich für die Ausbildung und für das Training unserer Mitarbeiter und unserer Händlerpartner. Ich bin 55 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet und möchte euch versuchen, in dieser Reihe an wichtige und schöne Themen heranzuführen. Und ich denke mal, dass uns das vielleicht einigermaßen zusammen gelingt. Zusammen heißt, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, unter dem Video dann nachher eure Kommentare zu hinterlassen, um einfach mal zu sagen, was euch gefällt oder nicht gefällt. Und wir versuchen das so in der Interaktion nochmal auf eure Themenwünsche einzugehen. Wir starten erstmal mit einer Reihe von einigen Themen, die wir schon mal für euch herausgesucht haben und wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wenn ihr glaubt, dass Druckluft langweilig ist, niemals. Vielleicht gehen euch mal die Haare aus, aber ansonsten, nein. Lasst es mal gut sein und ich freue mich darauf, mit euch eine schöne Reihe zu drehen. Und viel Spaß. Und wenn ihr den Kanal gerne abonnieren möchtet, müsst ihr, glaube ich, unten drunter so eine Glocke drücken oder sowas. Und dann verpasst ihr auch keins von diesen Videos, die noch später erscheinen werden. Viel Spaß. Bis dann. Bis dann.